Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich spreche heute mit dir über einen Denkfehler, der dazu führt, dass du gar nicht merkst, wie viel Lebensfreude, Energie, Kraft und Power in dir steckt. Dazu nehme ich dich jetzt mal mit in eine Teamsitzung, die ich nicht mehr vergessen werde, weil ich in dieser Teamsitzung das erste Mal das Gefühl hatte, wirklich nichts zu können für alles, zu klein, zu doof, zu dumm zu sein und völlig unfähig zu sein und komplett, dass mich alles, jede Kleinigkeit wirklich komplett überfordert und dass einfach alles zu viel ist und dass ich das einfach nicht leisten kann, nicht erbringen kann, was ich da erbringen sollte. Und diese Teamsitzung, das war bei dem Bereich Kinderpflege, es ging dann darum, über die ganz normale Sachen, die man so hat als Lehrer, didaktische Jahresplanung erneuern, Praktikumsbesuche und sonstige Veranstaltungen, die dann dann sein sollten in diesem Schuljahr, also in dem Schuljahr damals und all das wurde dann besprochen und dann eben auch aufgeteilt, wer was macht, bis wann was macht, bis wann was eben dann schon da sein sollte. All diese Sachen, die da ganz typisch sind und also nichts Ungewöhnliches und da saß ich dann und habe dann gemerkt, dass ich aber bei jeder Sache, bei jedem Punkt, der dann nochmal besprochen worden ist, gemerkt habe, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich will das nicht und das ist alles zu viel. Und dann habe ich natürlich die anderen angeschaut, die dann auch in diesem Team waren und sich das angehört haben, was alles jetzt ansteht und wer was eben zu machen hat und habe gesehen, die sehen genauso aus wie immer. Also da war jetzt nichts zu erkennen, dass es ihnen vielleicht genauso geht, wie es mir damals ergangen ist, dass ich gedacht habe, das ist einfach alles zu viel und geht nicht, kann ich nicht, habe ich bei denen jetzt nicht gesehen und dachte mir, das liegt wohl vielleicht an mir, vielleicht bin ich krank, vielleicht habe ich irgendwas, vielleicht bin ich tatsächlich jetzt unfähig und dann wird es jetzt wirklich mal gezeigt, deutlich gemacht, jetzt kann die Welt sehen, oh mein Gott, ich kann ja nichts. Diese Gedanken hatte ich und das war kein schönes Gefühl, kann ich dir sagen. Und vielleicht hast du das ja auch. Also ich erlebe das ja immer wieder in Kundengesprächen, dass dann einige auch sagen, naja, das, was da besprochen worden ist letzte Woche in irgendeiner Konferenz oder was da jetzt gerade ansteht, das ist einfach zu viel und ich kann das nicht mehr leisten und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das machen soll, das ist einfach alles so, ich fühle mich dann völlig unfähig. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist natürlich so, dass du dann denkst, naja, wenn es mir jetzt schon so geht in diesem Beruf, dass ich jetzt schon so in meinem Beruf nicht so das leisten kann, was ich leisten soll und bei jeder Kleinigkeit, du das Gefühl hast, es ist zu viel, du bist da völlig überfordert, wie soll es denn dann erst sein, wenn du rausgehst, wie soll es denn dann sein in der freien Wirtschaft? Das ist doch dann der Gedanke und das hatte ich natürlich damals auch. Dann saß ich da zu Hause und dachte mir, furchtbar, wenn es jetzt schon so ist, dass ich in diesem Beruf jetzt gar nicht mehr so das Ganze leisten kann oder glaube, es nicht mehr leisten zu können, weil das alles einfach zu viel ist und das geht ja gar nicht und wie soll es denn sein, wenn ich dann rausgehe? Dann habe ich ja gar nichts mehr, dann habe ich ja, wenn ich jetzt schon keine Kraft habe, wenn ich jetzt schon am Ende bin, wenn ich jetzt schon keine Lust habe, keine Energie habe, keine Power, nichts, wie soll es denn dann sein, wenn ich rausgehe? Das ist natürlich ein Gedanke, der fatal ist, weil der falsch ist. Warum, erzähle ich dir gleich noch, warum der Gedanke falsch ist. Aber der ist natürlich fatal, wenn du da drin stecken bleibst vor diesem Gedanken, denn es führt natürlich dazu, dass du glaubst, dass irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist und dass du da nicht rausgehen kannst, also nicht kündigen kannst und auch nicht darfst, weil dann könnte es ja sein, dass du in der freien Wirtschaft ja voll untergehst. Und dann merkst du ja gar nicht, wie viel Lebensfreude, wie viel Elan, wie viel Kraft, wie viel Power und wie viel Lust in dir steckt, wirklich zu ändern, zu verändern, zu bewegen und irgendwas total Neues, Tolles zu machen. Und damals habe ich das so gemacht, als ich dann da saß und dann, ja, irgendwann war es ja dann der Tag gekommen, als ich dann auch die Sachen dann ja auch machen sollte oder machen musste, um das dann ja abzugeben oder auch machen wollte, weil ich keinen Bock hatte auf die Konsequenzen, die dann kommen, wenn ich das nicht machen würde. Also habe ich das gemacht. Und dann habe ich mir damals eine Frage gestellt und das ist diese Frage, die darfst du dir jetzt auch stellen, bei all diesen Aufgaben, die du machst und bei denen du das Gefühl hast, boah, das kann ich nicht, will ich nicht und das ist alles zu viel, dass du dir eine einzige Frage stellst. Mach dir das, was du machst, Freude. Freude. Ich habe nicht lange überlegen müssen, um diese Frage zu beantworten. Nein, es hat mir keine Freude gemacht. Es hat mir keine Freude gemacht, diese ganzen Praktikums-Sachen da fertig zu machen, um dann die Praktikumsbesuche zu machen. Es hat mir einfach alles, was da jetzt war, auch diese ganzen didaktischen Jahresplanungen für mein Fach zu schreiben und sie dann abzugleichen mit anderen und all diese Sachen, all diese Punkte, nichts von all dem hat mir Freude gemacht, gar nichts. Wenn du etwas machst und es macht dir keine Freude, dann ist es ja so, dass du dich dazu zwingen musst, klar. Und wir haben ja alle gelernt, natürlich auch in der Schule, wir waren ja alle auch mal Schüler, wir haben ja alle gelernt, dass es Disziplin fordert, so das Leben an sich, wir müssen alle diszipliniert sein und dazu gehört dann eben auch mal, sich so etwas zu zwingen, durchzuhalten und das einfach zu machen, was man zu machen hat. Und dementsprechend sitzt du da ja auch und zwingst dich dann jetzt das zu tun, wozu du eigentlich gar keine Lust hast und wo du auch gar keine Freude empfindest und gar nichts, also nichts bewegt dich, nichts, gar nichts, gar nichts, was jetzt irgendwie schön ist. Bewegt dich, um das zu tun, was du tun sollst. Und damals bei mir genauso. Wenn du dann etwas tun sollst, was du nicht tun willst, weil du einfach da vielleicht auch gar keinen Sinn siehst, also für mich ergab auch das, was ich da getan habe, auch gar keinen Sinn, das kommt noch mit hinzu, weil ich ja ganz genau wusste, dass 99,9 Prozent von dem, was da jetzt gemacht werden sollte, einfach nur für die Akten war. Papier ist geduldig. Das haben mir dann immer ältere Kollegen gesagt, ich soll mal chillen, ich soll mal ganz gelassen sein, Papier ist geduldig. Einfach so vieles, einfach nur für irgendwelche Ordner und Akten und sonst was für den Fall, dass mal irgendjemand kommt, dass man sagen kann, ja hier, wir haben ja alles hier so toll und so schön. Dann war das ja nochmal wirklich total sinnfrei, aus meiner Sicht. Dann hatte ich da noch weniger Lust und Freude, weil ich dachte, das ist absolute Zeitverschwendung, das ist eine Verschwendung von meiner Lebenszeit und Lebenskraft, das jetzt hier zu machen. Und habe das dann nicht machen wollen. Und musste mich natürlich dazu zwingen. Und jedes Mal, wenn du dich zu irgendetwas zwingst, kostet dich das unfassbar viel Kraft. Beobachte das mal bitte. Beobachte, wie viel Kraft es dich kostet, wenn du dich zu etwas zwingst, wozu du keine Lust hast, worin du keinen Sinn siehst und wozu alles in dir Nein sagt, weil da einfach gar keine Freude daran ist. Klar, vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das Leben ist ja auch kein Ponyhof und es kann ja auch nicht alles Spaß machen. Und es sind Grundannahmen. Das sind einfach Überzeugungen, die du hast, Überzeugungen, mit denen wir groß werden. Und diese Überzeugungen darfst du auch mal hinterfragen. Ist es denn tatsächlich so? Sind wir auf die Welt gekommen, um uns immer zu irgendwas zu zwingen? Dass man ab und zu mal Sachen macht, auf die man vielleicht keine Lust hat, ist ja etwas anderes, als das permanent zu machen, ständig zu machen, jeden Tag bei jeder Aufgabe zu machen. Irgendwann ist dann die Kraft natürlich nicht mehr da. Wenn du dich an den meisten Tagen, bei den meisten Tätigkeiten, die du als Lehrer machen musst, dazu zwingen musst, weil du einfach da keine Freude dran hast, weil du einfach keinen Sinn darin siehst, dann ist irgendwann natürlich auch die Kraft am Ende. Und das, was du dann fühlst, dieses erschöpft sein, krank sein, am Ende sein, am Limit sein, keine Power, keine Freude, nichts mehr zu haben, ist letzten Endes damit zu begründen, dass du dich permanent zu Sachen zwingst, auf die du keine Lust hast, worin du einfach keinen Sinn siehst. Du hast einfach keine Kraft mehr, weil du einfach dich permanent zwingst, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Und wenn du das nicht mehr machen müsstest, stell dir mal vor, du müsstest dich einfach nicht mehr dazu zwingen, etwas zu tun, sondern du würdest es einfach tun, weil du daran Freude hast. Das ändert dein Leben komplett. Da merkst du erst, wie viel Kraft, Lebensfreude, wie viel Energie in dir steckt, wie viel Power in dir steckt und wozu du alles in der Lage bist, irgendwie alles, was du alles bewegen kannst. Stell dir mal vor, du würdest all die Kraft, die du jetzt investierst, gegen dich selbst, damit du dich zwingst, Sachen zu machen, die du nicht machen willst, wie zum Beispiel den Unterricht vorbereiten, Klassenarbeiten korrigieren, Klassenarbeiten erstellen, in die Schule gehen und so viele andere Sachen, wenn du all diese Kraft nicht mehr gegen dich selbst richtest, sondern darin investierst, das zu tun, was du gerne machen möchtest. Stell dir mal vor, wie das wäre, wie so ein Leben aussehen könnte, wie dein Leben dann aussehen könnte und wie viel Kraft du dann hättest und wie viel Power du hättest, wirklich das dann voranzutreiben, was du vorantreiben willst. Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? wenn du dir das einfach mal vorstellst, du würdest jetzt anfangen, Freude zu deinem Wegweiser zu machen und zu sagen, du machst jetzt das, was dir Freude macht und gehst mal weg von dieser Idee, dass du dich immer zwingen musst, etwas zu tun, wobei du da eben wirklich weder Sinn noch Freude daran hast, wenn du das mal nicht mehr machst. Ja, merkst du erst, wie viel Kraft, wie viel Power, wie viel Lebensfreude, wie viel Elan, also was all das, was du jetzt glaubst, was du jetzt nicht hast, was du dann trotz allem hast, also wie viel wirklich in dir drin steckt, wenn du einfach mal nicht mehr dich zu etwas zwingst, was du nicht willst. Denn es kostet unfassbar viel Kraft, gegen sich selbst zu arbeiten. Es kostet unbeschreiblich viel Kraft. Beobachte dich doch einfach mal in deinem Alltag, wie es dir geht und wie deine Selbstgespräche sind, wenn du dich zu etwas zwingst und wie es dir geht und wie deine Selbstgespräche sind und in welcher Verfassung du bist, wenn du einfach tust, wozu du Lust hast, was dir Freude bereitet. Du wirst sofort feststellen, dass wenn du etwas machst, wozu du keine Lust hast, wozu du dich zwingen musst, du dann eben auch keine Kraft hast und dass es dir schlecht geht, dass es dir nicht gut geht, dass du am Limit bist, dass du dich überfordert fühlst und wenn du etwas machst, wozu du Lust hast, wo die Freude da ist, wo du auch einen Sinn siehst, weil es einfach für dich Sinn ergibt, was du da machst, dann geht es dir auch gut. Du bist fit, du bist munter und du bist vollkommen glücklich und alles ist gut. Also nimm auf jeden Fall heute mit, dass du unglaublich viel Kraft, Energie, Power, Lebensfreude und Elan hast und dass du unglaublich viel leisten tun und machen kannst, wenn du etwas tust, was dir Freude bereitet und worin du auch einen Sinn siehst. Und all diese Kraft, Power, Energie, die steckst du jetzt derzeit da rein, dich selbst zu zwingen, etwas zu tun, was du eben nicht willst. Und wenn du aber jetzt etwas tun würdest, was dir Freude bereitet, dann wäre es genau andersrum logischerweise, dann würdest du nämlich all diese Kraft, was du jetzt gegen dich selbst ja anwendest, gegen dich selbst richtest, eben auf das richten, was du gerne machen möchtest. Es ist immer wieder wichtig, dass du dir diesen Gedanken bewusst machst, damit du weißt, wenn du dich jetzt auch nicht so fit fühlst, krank fühlst, erschöpft bist und am Limit bist und das Gefühl hast, nicht so viel leisten zu können, dass das nur damit zu tun hat, dass du derzeit unfassbar viel Kraft darin investierst, dich zu etwas zu zwingen, was du nicht willst. Sicherlich denkst du jetzt, dass du nicht sofort die Freude zu deinem Wegweiser machen kannst und dass du nicht sofort damit aufhören kannst, die jegliche Energie, die du hast, gegen dich selbst zu richten, um dich zu zwingen, etwas zu tun, was du nicht willst. Das ist vollkommen okay, wenn es so ist. Dann mach doch bitte heute den ersten Schritt dazu. Dann mach doch den ersten Schritt, in dem du überlegst, wie du demnächst immer mehr deine Freude zum Wegweiser machen kannst. Mach jeden Tag einen Schritt und dann machst du am nächsten Tag den nächsten Schritt und dann wieder den nächsten Schritt und am Ende hast du dann die große Veränderung, die du haben willst, die du haben möchtest, um wirklich glücklich und zufrieden zu leben, um dann auch die Freude als dein Wegweiser zu haben. Und das alles beginnt mit einem Schritt. Und diesen kannst du heute machen und dabei wünsche ich dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören oder wenn wir uns in einem der YouTube-Videos sehen oder uns auf einem der über 100 Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao.